Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zum Empire Earth. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal, haben wir ja die Griechenkampagne abgeschlossen. Und haben da die letzte Schlacht von Persien durchlebt mit dem guten alten Alexander. Und jetzt, liebe Freunde, sind wir in Mitleid angekommen und wir spielen die Britin um König William. Und wir sollen jetzt, Moment, wir sollen die Wachen von Falais besiegen und die Stadt betreten. Und wir wollten eigentlich hier oben hin, da kann ich mich noch erinnern, aber wir wollten hier unten nochmal was erkunden. Da würde ich sagen, machen wir das mal. Was haben wir denn hier? Die Brücke über den Fluss. Gebt Obacht, sie ist streng bewacht. Och, ernsthaft? Jetzt ist hier die Brücke? Was ist denn dann hier oben? Hier oben ist doch noch eine Straße. Verdammt. Egal, Leute, ihr habt beim letzten Mal schon, äh... Ihr habt beim nächsten Mal schon mitbekommen, wie wir hier durch die Sachsenhunde, genau. Wie wir hier durch die, äh... Landschaft warten. Äh, ja. Ich würde sagen, wir gehen einfach hier rein. So, Leute. Mit ganzem Herzen. Genau. So, hier ist die Brücke. Hier ist die Brücke, Leute. Was haben wir denn hier? So, gehen wir erstmal hier lang. Für Ruhm und Ehre. Und ja, Leute, bin ich gespannt, wie es hier weitergeht. Und, ach, hier ist einfach nur... Ah, hier ist einfach nur ein Verbindungsweg. Krass. Okay, da war es doch nicht so nutzlos. Alles klar. Sehr gut. Ne, das war nur eine Verbindung. Okay, weiß ich Bescheid. Sehr cool, Leute. Schwertkämpfer, das ist so geil. Für den Thron. So, gut, dann sammelt euch mal hier. Bam, 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 bam. Ach, die Brücke ist so geil. Ah, herrlich. Herrlich, Leute. Herrlich. So, da sind Lord Tustains Wachen. Dann mach die kaputt. Los. Mach die kaputt. Ja, ja, das schafft ihr, komm. Mach diese blöden Bugenschützen da hinten platt. So, los. Ja, haben wir. Das haben wir. Sehr gut. Den ersten Schwall haben wir schon mal geschafft hier. Alles klar. Dann. Ruf da. Los. Auf die Brücke, die, äh, keine Unterführung hat. Sehr interessant. Eine Brücke, die im Wasser steht. Was ist das für eine Brücke? Wir sind fast da. Wir kümmern uns. Sehr gut. Leute, betreten Sie die Stadt Falleis. Fremdniss dazutritt in die Stadt verboten. Verschwindet oder seid zum Kampf bereit. Oh, noch eine Schlacht. Okay, noch eine Schlacht, Leute. Oh, sehr cool, ja. Empire Earth, richtig geil. So. So, rein da. Sachsenhunde. Sachsenhunde, rein da. Nun sind wir in Falleis und brauchen die Hilfe des Bürgermeisters. Kommt, wir sprechen mit ihm. Da ist er. Da ist er. Genau. Oh, sehr cool. Junger William, welch Überraschung. Ihr in Falleis. Ich stelle euch mit Freuden meine Stadt zur Verfügung. Das hört sich aber nicht gerade sehr an. Wingburg nördlich von hier zurückgezogen. Seine Armee ist zur Verteidigung gerüstet. Wir brauchen Belagerungswaffen und auch eine Armee, um seine Feste zu erobern. Für eine hinreichend große Armee brauchen wir Ressourcen. Wir müssen das Land nach Leuten absuchen. Das hat sich aber sehr widerwillig angehört vom Bürgermeister. Welche Überraschung. Oh Mann. Ah, alles klar. Alles klar, Leute. Wir können... Krass. Wir haben jetzt hier Bürger. Wir haben Bürger, Leute. Äh, was macht ihr denn da? Gut, wir können Bevölkerungspunkte verteilen. Dann würde ich sagen, Bürger können mal ein bisschen schneller sein. So. Ja, wir brauchen Ressourcen, ne? Ja. Ähm, bauen Sie eine Armee auf und greifen Sie die Trostansfestung an, wenn Sie glauben, dafür bereit zu sein. Äh, okay. Hä, wo kommen die denn her? Wo kommt der denn her? Hä, was ist das denn? Mein Lord, im Süden soll ein tüchtiger Mechaniker leben. Er ist versiert im Bau von Belagerungsmaschinen und könnte uns welche zukommen lassen. Ah, okay. Belagerungsmaschinen, aber wo sollen der sein? Äh, Bürger? Ja, was macht ihr denn das denn? Wenn ihr Holz hacken kommt. Oder nee, Quatsch. Äh, mach mal Nahrung hier. Los. Soll ich mal ne, ne Mühle hier mitten rein? Och. Och, Mensch, Bürger. Verdammt nochmal. Ihr sollt alle helfen hier. Ach, verdammt. Okay, ähm, gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ja gut, nee, dann geht mal Holz hacken erst mal. Und wir? Gucken uns dann mal auf dem... Im Süden um. Aber wo soll das denn sein? Das ist jetzt gerade ein bisschen merkwürdig. Wo soll denn der sein, der Typ? Im Süden? Nee. Ah, vielleicht... Moment. Ah, hier. Okay. Hm, hier. Riesig, riesen Karte, ne? Merke ich gerade. Ja, riesige, riesige Karte hier. Okay. Kann ich hier irgendwas bauen? Nö, leider nicht. Pferde, irgendwas? Nö. Okay, schade. Hm, was ist das denn hier? Speer. Okay. Die stehen da einfach auf der Mühle rum. Ja, ist klar. Haha. Ja, ist klar. Gut. Dann würde ich sagen, suchen wir mal diesen Belagerungshändler. Hm? Der ist nicht auf... Ach, verdammt. Egal. Gut, dann... Was macht ihr denn da? Geht mal weiter hier. Und ja, Leute. Ich hoffe, es gefällt euch hier soweit, wie wir die Geschichte der Briten nachspielen. König William also mit den Sachsenbunden. Okay. Gut, Leute, dann... Ah, hier. Hier ist... Ah! 500 Stein. Ich glaub's ja wohl nicht. Wirklich. 500 Stein. Wir haben null Stein. Verdammt. Wir haben auch keine Steinressourcen. Hä? Okay. Ja, gut. Dann. Ah, hier. Hier sehen wir das, die Dinger. Rambock. Ah, ja. Oh, was ist das denn hier? Lord Dostain. Äh, okay. Dass hier so eine Armee so eine kleine ist, beunruhigt mich ein bisschen. Ich würde sagen, ich speichere das Ding mal. Unterbreden, Leute. So. Damit wir da keinen Verlust haben hier. Naja, ich brauche Steinvorkommen, ne? Das ist... Ich brauche Steine, Leute. Ah, deshalb. Die Spielgeschwindigkeit ist so langsam gewesen hier. So. Gehen wir mal hier diesen Trampelfahrt entlang. Mal gucken, was es hier gibt. Alles klar. Nix anscheinend. Ah, super. Super. Ich dachte, das wäre ein Trampelfahrt. Danke. Nix. Okay, dann müssen wir halt... Pikeniere, ja. Müssen wir halt weitersuchen. Und dann baue ich jetzt... Ah, ich kann keine Bürger bauen, weil die alle hier... Ja gut. Egal. Gut, dann... Bringt ihr das Zeug mal rein, bitte. Und dann werdet ihr gleich Nahrung sammeln für uns. Oh. Tiere. Okay. Ziegen. Alles klar. Cool. So, dann geht man da hin. Und die Bürger sind da, ne? Ja, sehr gut. Warum bringt ihr das nicht da rein? Bringt das doch nach Hause, Mensch. Ihr Leutchen hier. Die Frauen, ey. Mit ihrem Korb in der Hand. Okay, cool. So, dann baut man hier die Hühle auf. Alles klar. Mit ganzem Herzen, Leute. Mit ganzem Herzen gehen wir hier weiter. Und suchen Steine. Ganz genau. Wir suchen Steine. Und, ja. Was gibt es so zu erzählen? Ich nehme das nach wie vor an diesem Donnerstag auf. Ich habe gerade eben... Kommande Conker aufgenommen, tatsächlich. Die Remastered Edition und, ja. Im Moment voll im Strategie-Fokus der Kanal. Hier unten ist aber nichts, oder? Ist einfach nur ein Weg. Na, super toll. Wirklich. Ich brauche Steine. Hat denn hier keiner Steine für mich? Na, super. Ne, anscheinend nicht. Alles klar. Dann zurück. Normando zurück. Das ist aber auch eine große Karte. Muss ich ja ehrlich mal sagen. Wo kriegen wir denn hier Steinvorkommen her? Verdammt nochmal. Wirklich. Wir haben keine... Eine Goldmine. Wir haben keine Goldmine außen. Aber es scheint wohl bewacht. Vielleicht da oben. Wir werden angegriffen. Eine Goldmine. Ah, okay. Gut, dann versuchen wir das mal. Dann gehen wir mal... Ach, du Scheiße. Dann gehen wir mal da rein. Wir werden angegriffen. Von Banditen. Okay. Leute. Mach den kaputt. Mach den kaputt, den Scheißturm. So. Mach den kaputt. So. Dann mach die anderen kaputt. Hier, los. So. Und die Türme weiter platt machen. Los. Oh. Ui. Eisen ist auch da. Okay. Cool. Leute. Dann müssen wir jetzt von den Banditen hier die ganzen... Die ganzen Minen hier oben. Jaja, das sind Ressourcen, Leute. Das ist aber nur eine Eisenmine. Aber ist egal, Leute. Wir müssen die ja kaputt machen, tatsächlich. Wir müssen die kaputt machen. So. Schneller. Zack. Ja, super. Ja, gut. Dann macht die Bürger hier noch platt. Ja, dann macht die... Dann metzelt die weg. Und wir können weiter Punkte verteilen, Leute. Das heißt... Ja, hier können wir leider nichts machen. Aber wir können... Haben wir zum ersten Mal Belagerungswaffen. Und dann würde ich doch mal sagen... Lassen wir die mal 25% an. Und 25% Feuerrate. Dass die schneller abfeuern hier. So, los. Macht die kaputt. Gut, Leute. Dann würde ich sagen... Haben wir die Ressourcen. Aber halt keine Belagerungsgeräte. Wir haben keine Steine. Egal. Egal. Dann geht ihr mal da hin, bitte. Und dann würde ich sagen... Baue ich noch mal ein paar Bürger. Zwölf Stück. So. Weil, um beide... Um beide... Um zwei Minen hier zu besetzen. So rum. Genau. Ah, es sind tatsächlich doch zwei Eisenwienen. Okay. Leute. Alles klar. Dann brauchen wir jetzt nur noch Steine. Wo kriegen wir denn Steine her? Sagt mal. Wo kriegen wir Steine her? Ja, vielleicht von hier links irgendwo. Da muss ich gucken. Ich muss erst mal hier. Da sind zwei Wege. Geht mal da bitte zu dem anderen Weg. Aber erst mal hier sammeln. Picke Niere. Geil. So, Leute. Dann. Das sieht so geil aus, wie der einfach so hier drin steht. Einfach so. Ja. Scheiß drauf. Oh Mann. Okay, Leute. Dann würde ich mal sagen. Ja. Okay. Dann sind die da. Dann suche ich mal nach Steinen, würde ich mal sagen. An die Säbel und Angriff. Ganz genau. Gut. Aber vielleicht waren die ja hier. Wer weiß. Vielleicht sind die ja hier. Festung im Norden? Nein, nein, nein. Da ist wahrscheinlich dann die Festung. Was haben wir denn dann hier? Vielleicht noch ein Camp. Noch ein Banditen-Camp. So, hier rechts geht ein Weg lang. Oh. Wir müssen kämpfen. Okay. Ja, dann kämpft. Dann kämpft halt. So, Leute. Wir haben einen Heiler dabei. Oh. Oh, schaut mal hier. Was ist das? Normandie. Ein Dorf. Okay. Cool, ja. Das ist ein kleines Dorf. Tatsächlich. Oh, geiles Sounds hier. Aber da ist nichts weiter. Nein, nein. Da ist nichts weiter. Hm. Okay. Gut dann. Und dann befinden wir uns weiterhin auf der epischen Suche nach dem Stein. Ja, das ist so. Das ist doof. Aber das ist so. Das sind immer noch nicht alle, ne? Die brauchen so lange zum Produzieren. So, jetzt. Bewegt euch mal da runter, bitte. Und baut mal bitte eine Siedlung hier unten hin. Ein bisschen so, ja. Dass beide Quellen bedient sind. So. Genau, mit ganzem Herzen. Toll. Jetzt sind wir nach wie vor hier. Oh, Mann. Leute, ich brauche Steine. Was soll das? Ich habe keine Steine für Belagerungswaffen. Pikaniere vorwärts. Haben wir hier vielleicht irgendwo Steinbrüche? Wir brauchen Steinbrüche, Leute. Tod den Heiden. Hier ist gar nichts irgendwie, ne? Das ist irgendwie ein bisschen doof. Wo kriegen wir denn Steine her? Steht das nicht hier irgendwo bei den Tipps? Äh, Moment. Einführung. Geschichte. Tipps. Da, Tipps. Folgen Sie einfach der Fuß wegen. Könnten Sie, falls Ihre Truppen belagert wird, in der Umgebung Ressourcen für den Neuaufbau der Armee finden. Hm. Ja, toll. Aber da steht nichts von, äh, Steinen. Na, wir brauchen ja Steine. 500 Steine pro. Meine Frosse. Mit ganzem Herzen. So. Aber hier ist doch bestimmt die Festung, oder? Weil ja, dann will ich da noch nicht hin, Leute. Deswegen würde ich das sagen, speichern wir das lieber nochmal drücken. So, Leute. Mit ganzem Herzen. Mit ganzem Herzen. Na, okay, 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 okay. Ja, ja. Okay, Leute. Aber wo sind... Sind da unten Steine dabei? Nö, hier sind keine Steine dabei. Das ist doch bescheuert, Leute, wirklich. Das ist doch wirklich bescheuert, warum... Hä? Hä? Bin ich jetzt ein bisschen... Bin ich jetzt blöd? So, dann geht ihr mal bitte da hin. Und die anderen sechs gehen bitte zum Gold. So, dann kriegen wir jetzt schon immerhin schon mal Gold und Eisen rein. Aber... Keine Steine. Da bin ich jetzt gerade echt ein bisschen überfordert. Wo kriegen wir Steine her? Da bin ich gerade echt überfragt. Vielleicht hier unten irgendwo? Mal gucken. Dann geht mal schnell da runter. Keine Ahnung, wo sonst sein soll. Vielleicht hier oben noch, ne? Moment, vielleicht hier oben noch. Weil die Dörfer, die haben keinen Stein. Vielleicht ja hier oben. Reitet mal dahin bitte. Mal gucken. Aber immerhin kann ich dann schon mal ein paar Einheiten bauen. Das ist doch schon mal etwas. Gebäude ist wie... Universitäten, Leute, gibt es ja auch. Das ist einfach nur für so ein paar Zusatzfähigkeiten. Aber ich glaube, die brauchen wir nicht. Äh, ja, gut. Dann bauen wir noch drei Bürger. Ich bin fürs Holz. Wo soll hier Stein sein, Leute? Wollt ihr mich eigentlich verkackern? Sie brauchen dazu Belagerungswaffen. Ja, toll. Aber Belagerungswaffen... Kann ich nicht kaufen ohne Stein. Es tut mir leid. Ah, vielleicht hier. Hier geht es noch mal weiter. Vielleicht hier. Schauen wir mal. Ja. Leute, so weit haben wir in dieser Folge nach Minute 18 schon unsere erste Stadt hier. Und... Und... Ah, das können wir aber machen. 15% Ertrag. Gut. Und ihr seht, die Reichweite vom Krankenhaus ist größer geworden. Ne? Und wir haben fast keine Reiter mehr. Was soll das denn? Okay. Ja gut, egal. Dann... Milon, higiniere vorwärts! Bitte sei ein Weg! Bitte. Ich brauche ganz dringend Steine. Oh, da ist tatsächlich noch was. Mit meiner Ehre. Da ist tatsächlich noch was. Oh, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir haben endlich unsere Steine gefunden. Oh mein Gott. Okay, dann kommt es zurück. Dann möchte ich gerne... Ja, was nehme ich denn da am besten? Ich nehme... Ja, das ist jetzt die Frage. Was brauchen wir da am meisten? Das ist jetzt ein Rambock auf jeden Fall. Möchte dir vielleicht noch eine kaufen? Möchte dir vielleicht noch eine kaufen? Wie geil. Gut, äh, eine Steinschleuder ist gar nicht mal so schlecht. Möchte dir vielleicht noch eine kaufen? Oh man. Ja, die Balliste brauche ich nicht. Komm, nimm noch einen Rambock. So. Möchte dir vielleicht noch eine kaufen? Der Typ, ey. Hört sich an wie, äh... Hier, Nicolas Cage. Naja, gut. Leute, wir haben es. Wir haben endlich Steine. Gold und Holz. Lass die mal mehr aushalten. So. Äh, warum? Gold und Holz. Ah, Holz brauchen wir. Okay. Egal, Leute. Wir können endlich... Ach man, die brauchen alle Holz. Warum braucht ihr alle Holz? Wir können endlich unsere Armee aufbauen. Ja, es ist soweit. Tatsächlich. Wir haben gepanzerte Soldaten. Wir haben Ritter. Sehr, sehr gut. Wir haben Pikeniere. Wir haben Langschwertkämpfer. Sehr, sehr gut. Und hier haben wir noch Bogenschützen. Hier. Langbogenschützen. Und Kavallerie-Bogenschützen. Nehmen wir die Kavallerie erstmal. Dann haben wir es eigentlich auch schon fast. Also Einheitenlimit ist hier nicht weit weg. Das Kackholz, ne? Das ist... Ja, ich brauche mehr beim Holz. Ich brauche mehr beim Holz. So. So, die Armee wächst. Die Leute. Und... Ja. Dann kann ich noch einen Langbogen bauen. Sehr gut. Die sind aber Team 2, die Sachen hier. Kommt. Zack. Das ist eine... Eine... Äh... Ein Trebuchet. Genau, ein Trebuchet. Ist aber auf Deutsch die Steilschleuder. Gut. Dann haben wir jetzt noch vier Einheitenmöglichkeiten. Eins, eins. Und dann hier noch. Zack, zack. Und dann war es das, Leute. Da können wir uns jetzt dran machen, die aufzurüsten. Die brauchen leider Holz. Das ist das Problem. So. Hier. Kavallerie-Bogenschütze. Brauchen auch Holz. Mensch. Warum braucht ihr alle Holz? Lasst die mal mehr aushalten. So. Leute. Und hier die Langschwertkämpfer. Die können auch mal ein bisschen mehr aushalten. Und ein bisschen schneller sein vor allem. Und die Pekingierer können mal mehr Schaden machen. Mehr aushalten. Und... Ja. Gepanzert sein. Und das ist klar. Ich glaube, dann können wir los. Wir haben Einheitenlimit erreicht. So. Zack, zack. Da ist... Da ist noch eins. Ja, ja. Komm, dann. Ist egal. Gut. Leute, dann... Seid ihr Team 1? Ihr seid Team 1? Vielleicht schaffen wir sogar die Mission noch. Wer weiß. Gut. Dann könnt ihr jetzt los hier. Los. Setzt euch mal... Ja, Milo. Du, auch Team 1. So. An die Säbel. Ganz genau. Totenheit. Genau, Leute. Das sieht ja geil aus. Sieht aus, als würde das zusammenhängen. Wie geil. Guckt mal. Sieht aus, als würde das zusammenhängen. Na ja, gut. Was haben die für eine Reichweite? Die haben acht Reichweite. Können die... Mach mal ein bisschen mehr Schaden. Können die die ausrangen? Geht das? Boah. Autosave. Geht das? Können die die aus... Können die die outrangen? Moment. Ich brauch mal... Komm. Geh mal noch ein Stückchen nach vorne. Ja, die haben genauso viel. Nein, nein, nein. Okay. Dann geh raus. Dann geh raus. Ach, du Heilige. Na gut. Dann. Drauf da los. Ach, du Scheiße. Vier Türme, Leute. Das ist doch nicht wahr. Okay. Dann. Dann. Macht mal einfach mal so hier drauf. Da los. Team 2, bitte hier. Ah. Team 2, bitte hier. Los. Lass sie das machen. Und ihr Ramböcke. Bitte. Hier so. Ganz genau. Team 1. Macht den noch kaputt. So. Team 2. Dann noch den kaputt machen. Da los. Ja, sehr schön. Die Steinschleuder kann ja auf die schießen. Da. So. Ganz genau. Oh. Das sind aber einige. Oh. Das sind aber viele. Leute. Wow. Das sind viele. Wo ist der König? Da ist der König. Sehr gut. Ach du heilige Scheiße. Boah. Das ist aber heftig jetzt. Ja, toll. Die sind jetzt natürlich hier drin gefangen. Das ist. So. Rein da los. Rein. Ah. Verdammt. Jetzt komm raus. Da los. Mach die kaputt. Da los. So. Mach das scheiß Tor kaputt. Zum Glück haben wir hier die Belagerungswaffen. Leute. Was ist das? Lord Tuster? Ah ne. Das ist nur seine Armee. Okay. So. Aufmachen. Los. Aufmachen. Oh. Immer diese gleiche Scheiße mit den Königen. Verdammt nochmal. Immer diese Könige. Dass die immer. Wirklich immer. Als erstes gehen müssen. Das ist so blöd. Wirklich. Wartet mal. Spiel laden. Hier diesen Autosave bitte. Der war nämlich nur zwei Minuten hinter. Äh weg. Ja. Das war kurz vorm Angriff. Gut dann. Diese blöden Könige ey. Ich hasse sie. Ich hasse sie wirklich. Mann. Das lief doch so gut. Und dann. Muss der William wieder. Vorauslaufen da ey. Verdammte Scheiße. Wirklich. Immer diese Könige. Verdammte Kacke. Mann. Wirklich dumm ey. So blöd. Wirklich. Gut dann geht mal zurück. lass die Belagerungswaffen dat machen. So. Team 2 kann da mal diesen Turm dat platt machen. Na komm. Bogen schützen. Team 2 dann hier. Weg machen. Los. Ah. Die wollen meine. Ah. Nein, 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 nein. Ah. Verdammt. So Schlacht hier. Los. Leute. Dann. Aufmachen. Mach den kaputt da drinnen. Los. Mach den kaputt. So. So. Genau. Alles klar. Sehr gut. Das Tribus schießt weiter drauf. Nicht sehr gut. Das brauchen wir auch. Weil. Ja. So jetzt noch. Alter. Der hat da immer noch einen. Blöden Langbogenschützen da. So. Weg machen. Los. Noch. Neuer Versuch. Aufmachen hier. Und der William, der ist schon wieder im Feuer. Der ist schon wieder im Feuer, der blöde William. Was ist mit dem? So. Alles klar. Dann würde ich sagen. Rein. Und lass den blöden William in Ruhe. Nein. Was macht ihr denn? Ihr seid doch so bescheuert. Wirklich. Ja. 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 Jetzt habe ich meine Armee fast. Ja. Super. Das ist eigentlich auch doof. Jetzt habe ich wirklich nur noch dieses Trebuchet übrig. Oh Mann. So. Aber der Turm geht kaputt. Das ist schon mal sehr gut. Dieser blöde William. Ey. Wirklich. Sachsenhunde. Ja. So. Das Trebuchet macht das schon. Oder was? Ja. Ja. Oder was? Ja. Ja. Das macht das. Das macht das schon hier. Der William, der halt das schön hoch. Geil. Ha, schau mal. Der William, der halt das schön hoch. Lottus, der. Nein, schieß doch hier vorne drauf, Mann. Ja, gut, dann... Dann lass den das machen. So, alles klar. So, William, mach den kaputt. Mach den kaputt. Schauen wir los. Na gut, dann ist das am Ende doch eine knappere Mission, als ich gedacht hätte. Der kann die sogar outrangen, okay? Oh, William. Mensch. So, der ist weg. Alles klar, geil. Hat er noch viel da? Nur noch den, ne? Oh, schon weg. Nein, du schießt bitte da drauf. Und nicht wieder der William als erstes da. So, zack. Sachsenhunde, ganz genau. So, haben wir es. Haben wir es jetzt. Greifen Sie, William, dafür bereit zu sein. Okay, Leute, das ist schon mal ganz gut. Das würde ich sagen, speichere ich mal unter Briten. Und dann schaffen wir vielleicht sogar noch diese Mission in dieser Folge. Wer weiß. So. Ich habe drei Einheiten. Ist noch mehr. Ah. Alles klar, Leute. Die Feste müssen wir platt machen. Dort müssen wir platt machen, das Ding. Tustainsburg. Was macht der da schon wieder? Tot den Heiden. Oh, die hält aber einiges aus hier. Ja, die hält einiges aus. Ja, muss ich sagen. So, Leute. Greif doch an. Jetzt, ja. Okay. Alles klar. Cool. So, die Mission haben wir tatsächlich geschafft. Die hält aber einiges aus, muss ich sagen. Na, die Folge ist auch jetzt schon vorbei. Aber ich überziehe wieder, Leute. Kein Problem. Ich glaube, wenn wir das hier haben, dann ist die Mission nämlich geschafft. Genau jetzt ist die Folge. Nämlich um 30 Minuten, ja. Und. Und. Zack. Sehr schön. Wir haben es geschafft, Leute. Die Feste liegt in Trümmern. Tustin ist besiegt. Jawohl. Sehr schön. Hat der etwa. Hatte der da etwa Schornsteine? Krass. Okay. Und. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. Tatsächlich. Sehr schön. Boah, das war aber ein knappes Ding hier mit den Dreien. Aber gut. Das haben wir. Dann würde ich sagen. Spiel beenden. Und ja. Spielübersicht. Alles klar, Leute. Sehr gut. Dann würde ich mal sagen, Leute. Geht es in der nächsten Folge weiter mit Mission 2 der Britenkampagne. William Herzog der Normandie. Alles klar, Leute. Dann würde ich sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich sagen, lasst mir auch gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Tschö, tschö.